So, hallo Leute, herzlich willkommen. Hallo Indoor Ranger. Ja, wie du siehst, in Erfurt pisst sie Sau. Bei mir ist heute auch Indoor angesagt und ich habe da was gehört, mir ist zu Ohren gekommen. Du hast schon über 900 Abonnenten und da kann ich nur sagen, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Hm, oh, ich trinke auf dich und wünsche dir noch viele, viele Abonnenten. Hm, schön die Bude eingesaut. So, okay, also du wolltest von uns gerne was mit Bohnen sehen. Ja, und ich habe mir Gedanken gemacht, wie soll ich das umsetzen, was könnte dich interessieren. Und als ich dann einkaufen war, habe ich mir gedacht, keine Angst, du bist übrigens alkoholfrei. Wiss ich, habe ich schon gesagt, hast du schon gesagt, oder? So, habe ich mir gedacht, einfach so, ich schaue einfach mal die teuerste Dose mit Bohnen, die es zu kaufen gibt, möchte ich mir mal holen. Und es ist geworden, Chili con carne von Erasco. Extra scharf Diabolo mit feurigen Jalapenos. Ich esse es sehr gerne scharf, ich weiß nicht immer, was man von den Dosen halten soll. Entweder steht halt Diabolo drauf und Jalapenos und dann ist es nischt oder es ätzt dir alles weg und das in doppelter Ausführung. Aber ich bin ganz froh, dass es das geworden ist, weil ich habe die ziemlich spät entdeckt und ansonsten hättest du dir jetzt die 100 Gramm Bohnen Weight Watchers Dose angucken können, die ich jetzt in die Kamera halte. So, also hier kannst du es nochmal sehen. Chili con carne Diabolo von Erasco. Ja, und weil jetzt eh Mittag ist und meine Frau ist unterwegs und ja, dann haue ich mir das Ding jetzt einfach rein. Ich mache die Dose schnell auf. Ich denke, ich muss mich nicht dabei filmen, denn ich glaube, du weißt, wie eine Dose aufgeht. So, Dose ist offen. Etikette habe ich abgemacht, weil ich sie jetzt direkt draufstellen möchte, denn die Dose ist innen drinnen nicht beschichtet. Dann brauche ich in der Haare nichts abzuwaschen. Ich habe eben beim Öffnen dann schon den Dosenöffner abgeleckt und musste kurz husten. Also das wird wohl eher so in die Geschichte zweimal brennen gehen, anstatt steht nur Diabolo drauf. Da freue ich mich jetzt schon drüber. Ja, dann wollen wir das Ding mal anhauen und das Zeug warm machen. So, prima. Vollgas und Depp. Ah, schön. So, super praktisch hier gleich aus der Dose. Da kommt Freude auf. So. Ein richtig fetter Napf, voll scharfes Zeug. Wie viel war drinne? Knapp an die 400 Gramm oder sowas draufsteht. Starke Portion steht drauf und drinne ist 400. Ach nee, 800 Gramm, da habe ich mich noch geguckt. 800 Gramm. Na, wenn das keine Fall, die Mittagsmahlzeit ist hier. Die starke Portion von Erasko. Ja, das wird dann Spaß geben heute Abend. Jawohl. So, jetzt ist es warm. Jetzt esse ich es. Mal schauen. Ich wollte dir ja noch das Geschmackserlebnis mit dir teilen. Dann hole ich mir den Spaß mal ran. Sieht auf jeden Fall super aus. So, dann wollen wir mal. Rote Bohnen, Mais, jede Menge Gehacktes, schöne Sößchen, scharf. Die lege ich mir schon mal hin. Kleine Nase putzen. So, ja, also das ist meine Videoantwort für dich. Diablo Top für 3,50 Euro. Wenn du willst, probier es mal. Hm. Scharf. Hm. Hm. Klasse. Ah. Ich mache jetzt aus. Pfff. Ja. Ich hoffe noch auf viele Videos von dir. Alles klar. Mach's gut. Ich hoffe noch auf jeden Fall. 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 Vielen Dank.